Jetzt ist keine Zeit zum Ausruhen, Alicino. Wir müssen doch den... Wir müssen den Viob doch retten. Ach, übrigens Leute, ich habe in der Zwischenzeit recherchiert und das Königreich der Nacht oder... Ach, Königreich? Nein, Quatsch. Oh, gibt gar keine Karte. Das Königreich der Nacht und Ender... 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 Es ist sehr kompliziert. Wie ich übrigens der Einzige, der findet, dass Viob eher nach Australien klingt und nicht wie... Woran ist... Woran ist Nadler mal orientiert? An Südamerika, ein bisschen Südamerika, ein bisschen Afrika, ein bisschen was... Was noch? Hm... Ozeanien. Lass mich raten, ich muss wieder das Handding machen und den, äh... den Viob reinigen, oder? Moment, kennen wir den bereits, oder ist das ein anderer Abyss Mage? Äh, Quatsch. Ja, ist der nicht Abyss Mage. He tried to get in my way, so I disposed of him. You... You killed Malco? He would have dispersed with or without me. Rather than worrying about him, I would urge you to focus on yourself. Also, es war technisch gesehen eigentlich keinen töten. You may have defeated others of my kind in the past, but underestimate me now, and it will be to your peril. No, the power of the Abyss is intoxicating. The destruction it seeks, captivates like a masterful work of art. I strive only for the opportunity to see it up close. Man könnte sagen, der Abyss ist quasi Zinj aus, ähm, aus, aus, aus Warhammer. I thought this naive little girl was an exception, but it turns out, humanity is full of lambs willing to offer themselves up to the slaughter. That is the tragedy of your short lives. You understand nothing of all encompassing power. Ancient names, pride, friendship, all empty ideas invented to give you a false sense of self-worth. They possess no power at all. The Pyro Archon created those grandiose ideals out of pure selfishness. Anything to avoid sharing power. Anything to avoid handing over the primordial gift to ordinary people like you. Don't believe me, then ask yourself, why is the Pyro Archon strong beyond measure, while you, Kachina, remain so pathetically weak? Er hat da einen Punkt, warum kämpft der Pyro Archon nicht hier in, ähm, in den Abgrund? Ich... Kachina. Gib mir deine Hand. Feel that? I'm right here next to you. Thanks, Moalani. You're right. I have nothing to fear. Because I'm not alone anymore. You're right. Maybe comforting ideals don't have any power. But you also couldn't be more wrong. You've never had to work for your own strength, so you will never understand the true source of our power. What? The courage we have to stand before you and not back down, it comes from our friendship. The power lies not in the ideal itself, but in our commitment to upholding that ideal, and in our decision to stand together and fight! Well said. Let's go, Kachina. It shouldn't take more than two of us to handle an enemy like this. Sorry in advance, but you... You deserve what's coming to you! Well, there aren't many in that land who can beat us when we're together. It's time you got a taste of that kind of power. In Schnitt liegen sie am Boden. Brennender Stern. Aber irgendwie praktisch, wenn er Pyro ist und sie noch ihr, äh, Hydro. Äh, ja, Kachina lassen wir auch mal was machen. Woop, woop, woop. Woop, sammeln wir nochmal hier ein. Stimmt, sollten wir natürlich erstmal das Schild wieder weg machen von ihm. Und einen hinterher, das war's glaube ich. Ich glaub's nicht. Das ist was er bekommt, um dich zu überrechnen zu verhindern. Fantastische Arbeit, Kachina. Absolut fantastisch. Das macht mich so... unglaublich glücklich. Auch wenn ich eigentlich die meiste Arbeit gemacht habe. Nee, jetzt mal in Ernst. Hab ich jetzt nicht eigentlich eher Mulan den meisten Schaden gemacht? Huh? Was ist passiert? Lass mich raten, er regeneriert wieder. Oh, doch nicht. My ancient name is... Glowing? Aber ich dachte, ich habe es nicht mit mir gebracht. Es ist wahrscheinlich eine Projekte aus dem realen Welt. Aber das kann nicht erklären, warum es glowing all of a sudden ist. Wait, das bedeutet, dass du... Das war ein starker Bewegung. Diveing headfirst into the fire to save your friend. Especially in a place so overrun with abyssal corruption. Still, seeing you pull it off... Was really something. Everything you said was exactly right. As isolated individuals, we stand no chance against the power of the abyss. It took years worth of scars and lots of unnecessary suffering for me to understand that for myself. The Pyro Archon's plan will unite us as one. Everyone has a part to play. Only then will we have the power to defeat the strongest of foes. Who are you? Tupac, a warrior from the people of the springs. I fought against the abyss during the invasion 500 years ago. Okay, ich wollte jetzt gerade mich darüber wundern, von wegen, ist das jetzt wegen des, wegen des, wegen des, wegen des Moments so, oder ist der wirklich so groß? Aber ja, wer sieht es hier an seinen Untertitel? Ja, stimmt anscheinend. Ich habe den Namen vorher gehört. Du warst der Giant, der all die Natlan schafft. Seitdem du meine Worte aus deinem alten Namen ausgeworfen wirst, bedeutet das, dass du die Asperationen des Wildes vollständig entdeckt hast. Under the name Umoja, you shall unite the tribes and save Natlan from its impending doom. M-me? As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. Its blaze will become one with our vision for Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. Fistbump. Fistbump. Was ist passiert, Maulani? So viele Erinnerungen. Mein Gehirn war bloß mit alles, was er wusste. So ist das, was passiert. Was hast du gesagt? Du hast es einfach herausgestellt? 500 Jahre alt, sie haben die ganze Krise, die wir jetzt faceieren. Die Effekte, um Natland zu retten, haben dann begonnen. Wir können über die Details gehen, wenn wir zurückkommen. Wir sollten hier nicht länger, als wir müssen. Ich weiß Bisschen und Bisschen, aber ich hatte keine Ahnung, dass Maulani auch Teil des Planes war. Wie wird mir der Charakter... Ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß nicht, wie kann man es sagen. Wie wäre ich aus dem Charakter nicht schlau? Das klingt wie etwas, was braucht viel Entschläuung. Wir fokussieren uns auf die Wyee, zuerst. Okay, das sollte genug sein. Wayab? Wayab? Can you hear me? I hear your voice, Kachina. My dear child. Great. Well then, I'm afraid it's time to say goodbye. I just wanted to make sure you were okay before we leave, but I was going to ask why you bestowed an ancient name upon someone like me, but it's okay. Okay. I'll keep searching within myself for the answer. I'll never stop trying to improve my strength. One day, I'll live up to the hero you saw in me. You are already an outstanding child in my eyes, Kachina. No matter what happens. You are all my most beloved children. It has always been my honor to protect and nurture you. Your ancient name is just that. A name. Much like your parents chose to name you, Kachina, I also gave you a name, but it need not define you. Focus on who you want to be. You are already worthy of your name. Now, you need only devote yourself to becoming a better you. The story of your ancient name is for you. The story of your ancient name is for you to continue. Just like your parents, my love for you will never change. No matter what the future holds. Thank you, I have... It gladdens me to see the Pyro Archon's plan move another step towards completion, but it is time for you to leave this place. The situation here is getting worse. Go now, my children. Save Natlan on behalf of all you hold dear. I know we've never met before, Wyob, but I just wanted to say thank you for encouraging Kachina. It was exactly what she needed to hear. Woah, what's going on? An earthquake? We're out of time. It's the power of the Abyss. Quick, we need to run. It's a Sealy. The Sealy opened the way for us. Hä? W-w-w-okay? Was hätte ich jetzt nicht erwartet? Wer hat doch ihr eigenen Seelies. Achso, wir müssen jetzt selbst rennen. Oh nein! Und was ist mit dem Bayer? Waaah, das ist sehr gruselig. Und sehr grisig. Wow! Könnte ich jetzt auf... Waaah! Könnte ich jetzt auf... Äh... Verdammt! Ich bin so in... in... in Panik. Nein, gut, in dem Angehör. Jetzt war ich den Namen nicht. Der Skye! Es ist klingelt! Wir müssen hurryn, oder wir werden hier verhalten. Einfach ausweichen. Einfach rennen. Waaah! Mit Glück kommen die Dinger einfach automatisch so aus dem Boden. Wenn der ganze Boden sich noch drehen würde... Waaah! Quick, durch die Mitte! Hä? Könnte ich auf Yeelan wechseln? Könnte ich jetzt einfach schnell... Naja, würde die ganze Zeit noch schneller gehen. Uh! Rapper! Er! Wir werden es nicht machen! Was? Er! 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 Und jetzt wird das Bild schwarz und abspannt. Ich habe doch die GE-Gitarre gefehlt. Moment, jetzt hört man gerade an, der pure Akon könnte auch raus. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Der pure Akon könnte jetzt auch aus, äh, in dem Moment hätte sie eigentlich auch einen Charakter aus. Wir wollen, dass sie doch von Outfit her würde es auch passen. Wie heißt das Jack-Black-Spiel nochmal, den ganzen, äh, den Rhodey gespielt hat? Äh, von Tim Schäfer? Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Wie hieß es denn nochmal? Verdammt, ich muss das, ich muss das da schlagen. Brutal Legend. Ah, verdammt, ich hätte es wissen müssen. Obwohl, na gut, das Spiel ist auch von 2009 schon so alt. Aber hat sie nicht ihre, Moment, hat sie ihre ganzen Fähigkeiten verloren, als sie das, ähm, mit den, äh, heiligen Flamme teilen musste? Oh nein, Corrosion. Oh, you must feel terrible, Kachina. Just hold on, we'll get you to a doctor soon. Let's get back to the stadium. The Pyro-Archon said she'd have a doctor waiting for us. I recommend getting a full checkup. Just to make sure no damage gets left behind. Hi, Mom feels okay. What about you, Traveler? Was war das wieder von der Kamerapahrt? Wahrscheinlich gesagt, als wir nicht so lange im, ähm, im Königreich danach gewesen sind. Right. You always seem to do pretty well against the Abyss. Let's get going. We need to share what we learned in the Night Kingdom as well. Right. The Wyatt mentioned something about the Pyro-Archon's Plan. What is it exactly? I'll let her explain everything. We're all a part of the Plan now. Every move we make from here on out, will decide Natlins ultimate fate. Oh, best... Setz mich jetzt nicht unter Druck. Oh, warte mal, ich wollte auch schon... Ja, auf wieder zum Pyro-Archon. Richtig, Mauvika. Marvika. Mann. Wir können doch nachschauen, was für Errungenschaften ich bekommen habe in den letzten beiden Malen. Grenze, die Rückwärtsbekehre zerbrachen und Licht erhält die Dunkelheit. Das Chaos, das hatten wir ja bereits. Das andere war dafür, dass wir mit Katina gesprochen haben. Wenn wir die ganze Zeit gedacht haben, oh Mann ey, wann kommen wir denn endlich da hin? So, können wir direkt dahinten teleportieren? Nein. Aber daneben ist doch Platz. Das war ja auch schon ein ziemlich langes Getease, nicht wahr? Und wir dachten die ganze Zeit, oh ja, können wir jetzt endlich den Königreich da hatten? Nein, wir müssen erst ihren... Wir müssen erst ihren echten Namen finden und dann müssen wir erst mit ihr reden. Frage an euch, Leute. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie fandet ihr jetzt das Königreich danach zuhört? Würdet ihr sagen, ja, das war gut? Oder würdet ihr sagen, hm, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können? Ah, der goldene Thron. Nein, okay, nicht direkt ganz golden. Wie wollen das 10.000 Jahre dann drauf sitzen? Bleibt ihr lebendig, zum Teil zumindest. Hey, Schwester. Was ist das kosten Aufenthalt? In Königreich der Nacht sind Uralani und die anderen alle bis auf einen gewissen Grad, äh, bis zu einem gewissen Grad von Agro-Kontanimiert. Aber dank Chuyus, äh, umfassender Erfahrung in der Behandlung dieser Kontamination bleibt die schädlichen Auswirkungen nicht dauerhaft. Immerhin. Frage, wie ist das eigentlich geregelt? Kommt das an, äh, auf der... Wie lange müsste man da verbleiben, damit man dann so oft, so, äh, nicht so oft, so stark korridiert ist, dass es, ähm, nachein wie bei der Tante, naja, von Uralani, äh, naja, dauerhaft ist oder schädlich ist. Das könnte vielleicht daran liegen, dass ich quasi der Avatar bin. Ja, das liegt daran, dass ich... Nein, das wollen wir ja nicht richtig. Obwohl, dieses Gerücht ist ja schon ein bisschen älter, nicht wahr? Das ist ja schon lange so. Mehr wissen wir auch nicht, aber auch nicht warum. Naja, du bist ja auch nur 800 Jahre alt und kannst euch mehrere Dimensionen springen. Sei es Welten. Koichi, so spricht man sehr aus. Verdammt, Mann, wie ich dumm. Ich komme direkt auf den Punkt. Natlan ist auf der Verge der Destruktion. Es ist sehr möglich, dass unsere Nation weniger als ein Jahr bevor der totalen Devastation zu haben. Ach nein, dabei haben wir doch so lange darauf gewartet, dass es rauskommt. Oh nee, Quatsch, das verwechsel ich mit Cheshnaia. Cheshnaia. Hä? Nein. Das kann nicht wahr sein, kann es? Das ist richtig. Aber ich habe das Fakt nur auf den Händen der Menschen mit mir geschehen, um diese Nation zu retten. Unsere Destruktion ist nicht eine recenten Entwicklung, aber die Inevitable Conclusion der Abyss-Initiated 500 Jahre alt. Mulani, sag uns ein bisschen über das. 500 Jahre alt. All die Nationen von T'Vat waren invaded by the Abyss. Unlike die anderen Nationen, Natlan never hatte Stable und Deep-Rooted Ley Lines, so we suffered the worst of the Invasion. The battle against the Abyss was exceedingly long and brutal. In the end, victory came at the cost of our civilization and countless lives. Even then, it took centuries of solving the disasters caused by the Abyss to finally achieve the peace we know today. And still, this is but a superficial victory. The forces of the Abyss have merely been driven back underground. Their threat to Natlan remains as real as ever. I... I'd never have guessed. The problems plaguing the Night Kingdom are all the more complicated because that realm is essentially functioning as Natlan's Ley Lines. Immediately after the war, our calculations estimated that we would have a maximum of 500 years before the Night Kingdom was completely lost to the Abyss. But at that time, we were a nation of the destitute. Our people no longer believed in victory. Our civilization was dying. Our faith crumbling. And the line of power passed down from the Wyab nearly severed. If we didn't bring the nation back together, it would be foolish to even dream of defeating the Abyss in the future. So, the Archon had a long and involved discussion with the heroes of each tribe and finally came up with a 500-year-long plan to save Natlan. So that's what happened. After finding Gachina, I encountered a strange figure, who gave me a series of new memories. Since the plan was mentioned in those memories, I guess I've been chosen to play an important role in it. Well, Giganten, wenn man so will. But there's still something I don't understand. Those memories showed me the Pyro Archon from back then. And it was you. Huh? But that doesn't make any sense. The Pyro Archon is supposed to be human. It's impossible for a human to live that long. Hm. Re- 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 Das ist dein zweites Leben? Ja. Wir haben nur die Abyss gewonnen, weil die Tribes zusammengekommen sind. Wenn die Natlan der Zukunft eine kämpfe, die Pyroarchons kamen nach der Krieg hatten, mussten die Decimated Tribes wiederholfen. Der Ziel war es, die Menschen zu reunieren, und zu retten die Kraft der ganzen Tribes. Als eine Kirche zurückgekehrt wurde, die Kirche wählte einen Hero, zu sagen, dass die Kirche wieder bereit war. Die Chosen dann stand bei meiner Seite, in defense unserer Nation, wie die große Kirche von alten, 500 Jahre alt. Das heißt, ich bin die Chosen? Das stimmt. Du behalst das alte Name Umoja, das gleiche Kirche von der Kirche von der Kirche 500 Jahre alt. Das bedeutet, nachdem du in der Kirche von der Kirche in der Kirche, ich glaube, dass du vollständig verstehen, das bedeutet. Also, in anderen Worten, du immer wusste, wer die Wyab werden von der Kirche von der Kirche wählen? Ja. According zu dem Plan, die Kirche von der Kirche war zu haben, zu vollständigen, nachdem ich erwähnt. Aber etwas falsch ist. Die 6 Heroen haben, die ancienten Namen, von 500 Jahren, vorhanden, aber die Ente über das Plan war nicht verwendet worden. Once wieder, es kommt auf die Deterioration des Night Kingdoms. Kommunikation zwischen der Sacred Flame und der Wyab wurde verletzt. Just wie wie die Ode von Resurrection zu bringen Kachina zurück. Exactly. Es ist nur eine Taktik die Abyss benutzt uns gegen uns. Die Abyss vielleicht nicht hat die Intelligenz, aber ihre Methoden sicherlich nicht easy zu counter. Wenn wir wollen, diese Information von der Kirche ist nicht genug. Die Ancient Name-Bearer muss eine größere Verbindung zu ihrem Namen. So, ich versuche mein best zu helfen sie von der Seite. Currently, Shilonen von der Kinder von Echoes, Kenich von der Scion von der Kanopie, und Jansan von der Collective von Plenty haben alle durch ihre Namen Während deiner Reise auch haben Sie die Erinnerung von deinem Namen. Ule will visualisieren. Aber wir haben weniger als ein Jahr. Ja, aber wir haben keine Wahl. Wir können nicht anfangen, bis alle die Heroes haben. Das ist auch weshalb ich nicht konnte. Aber wenn du das ganze Zeit warum nicht mir nicht über meine Rolle in all das? Das würde viel schneller Vielleicht aber das könnte auch sein. Das könnte zu früh sein. Das könnte deine Entscheidung zu retten. Ich hoffe, dass dein mit zu dieser Herausforderung kommt von Ihrer eigenen Kraft zu werden. Das ist richtig. zu wissen, dass Sie nicht wissen, wer die finalen 2 Heroes sind. zu zu verifizieren, dass wir das weit Natland's salvation lies not in its Archon or any singular individual, but in us all. You're quite perceptive, aren't you? I thought I might get away with avoiding the topic. Huh? Oh, right! All the stuff you stored here before, where did it all go? Even though I sacrificed my power, I still needed a contingency plan to ensure you would make it back from the Night Kingdom. After all, I was the one who allowed you to take that risk, and Mualani has an important role to play in my plan. In addition to their sentimental value, the items I stored here held a much more important purpose. Fuel. Oh, ah, deswegen, ja, ja, alles für die heilige Flamme. Fuel? Ah, so back then, that's why you... Yes. The stories embodied by those items are certainly important, but there's an even more significant trait they all share. Every item belonged to a hero of Natland. Over time, they became imbued with a certain amount of contending fire from being carried in battle. On their own, each item's power is limited, but together, their combined effect can prove quite useful in a dire situation. By burning those items, I was able to activate the contending fire stored within them to open the boundary between the two worlds. It was a rather crude approach, so all their power was depleted in an instant, as you can see. But, aren't they all precious treasured? What about their stories? Ah, that's exactly why I dragged you all here. No matter what. I never wanted the Pyro Archon to have to use that power. Oh, Moment. Heißt das, sie hat, er muss sie als Foto ihrer, ähm, das Foto? Das ist ein Bild. Äh, das Bild ihrer Familie dann auch verbrennen? Oh. Oh, I'm so sorry. You have nothing to be sorry for. You all deserve my thanks, actually. If you hadn't saved the Totem Pole, that area of the Night Kingdom would have been forever lost to the Abyss. And then, it would only be a matter of time before the Children of Echoes was met with disaster. Besides, when those heroes entrusted their belongings to me, or the Pyro Archon of their time, it was out of a desire to contribute to Natland's survival. If they knew, those items helped save the present-day heroes of Natland, they would not mourn their loss. Even when you put it that way, I still feel bad. There's no need. Remember what I told you about time? The people and the events of the past are never truly lost to us. We simply carry them with us in a different form. In that sense, we didn't lose anything at all. So can we certainly auch nennen, ja. If you still have regrets, let them fuel your resolve in the battles to come. Your deeds will become new legends, and nurture new forms of power just like the items once stored here. Well, we'd still like to return the favor. Well, if that's the case, just treat me to a drink sometime. Now that Kachina has returned, we can finally hold the Victory Feast and celebrate your team's triumph in the Nightwarden Wars. And we could all use the rest, that's for sure. Plus, you'll be able to silence everyone who doubted you once and for all, Kachina. Still, now that I know the danger we're facing, having a Victory Feast doesn't feel right. Try not to let it get to you. It's important to stay calm. Worrying about it will only affect your judgment. Alright, you should head out. I'll join you in a bit. When I was young, I used to sit by the Hot Springs and listen to the stories of warriors from all over Natlin. They attract people from all walks of life. Friends come easy here, no matter what tribe you're from. The people of the Springs have never claimed the Hot Springs as their own private property. They are there to bring all Hot Spring buddies together. It's been really nice, seeing the children of my tribe get older. It's helped me gradually understand the true value of the Springs. I've witnessed their energy, their determination, their absolute passion for life. Ah, even when they cause trouble, I never manage to hold on to my anger for long. It's unbelievable how quickly they worm their way back into my good graces. I'm certain Mualani will become a great warrior when she grows up. She possesses infinite potential. I can see it. One day, when I'm no longer in fighting form, I'll come here and tell stories to all the children. Just like those warriors did for me. So, you better get busy, Pyro Archon, or I'll end up running out of stories. 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 Wir sind in der Erkunftsbereit. Unsere Nation ist engulfiert in der Erkunftsbereit. Unsere Städte stehen verbreitet. Und Sie haben noch eine Verkunftsbereit. Der Abyss ist ein künftiger敦er. Eine, die ich in der Kriege bequere. Hm, aber vielleicht wäre Taok ein bisschen kräftiger vorgestellt, als aufgrund der Waffe, meine ich. Meine Rage will never know absolution, and my power will no longer aid you in victory. But you came to me because you knew you could convince me with just a single sentence. I understand your choice. The heroes of today will forge the path ahead with blood and fire. Just remember to earn us the victory we are owed. Otherwise, rest assured, I'll find a way to collect the debt. For Natlan. Hm, offensichtlich wäre nicht den Königreich der Nacht, eher ein etwas Wörgelegenes. Offensichtlich. So, you're gonna head 500 years in the future to serve as the Pyro Archon again? But what about the you from right now? You're just gonna die? You can't ask her those questions and expect her to answer, my dear. The decision is hers to make, and she deserves our support. We will do everything we can to rebuild the tribes. Don't you worry. Even across time, we will all do our part to fight for Natlan's future. Yeah, mom's right. We'll always believe in you, sis. No, seriously though. Dad should be here. Where is he? I... I... I imagine he... he didn't know what to say, so he chose not to come at all. Don't take it to heart, my dear. That's just who he is. Just remember, no matter what happens in the future, we will always love you. I'll come find you one day. I know I can't live that long, but I'll think of something. There has to be a way for us to meet again one day. If there's an answer out there somewhere, I'm gonna find it. So, don't forget about me. If that's your decision, then you have my full support, Archon. May our children live to see such a lovely son. For Natlan! No one fights alone. The rules are my legacy. They shall grant us the strength to overcome the next tragedy. War forged the six tribes. Taught us how to fight. Instilled in us what it means to love. Who will be the one to bring this to an end? We are the inheritors of memory and legend. Those who grew alongside sun and wind. Those who forged our own destiny and future. That is Natlands fire. The lifeblood of our nation. Okay, das war jetzt tiefer, als ich erwartet habe. Weil ich mich frage, wenn der pure Archon alle immer gewählt wurde, warum ist sie dann... Naja, gut, sie musste in der Vergangenheit dann die Zufu gereist haben, die jetzt gerade da ist. Und alle anderen Archons waren dann in dem Fall nur Stellvertreter. Oder wie verstehe ich? Soll ich das verstehen? Oh, was habe ich denn da? Oh! Was ein Zufall! Weitere Musik an einer Nasscheibe. Moment, kann ich nicht einfach hier runter? Oh, gleich den Weg gespart. Geschwisterl enthält so. Okay, sie hat keine Probleme während Ihrer trip, richtig? Ja, sie war super helpful. Sie gab uns viel informatoren über die Abyss. Das ist gut. Das ist alles, was ich brauchst. Ist da eine Grund, warum du gefragt hast? Du warst ziemlich entspricht, als wir zuerst treffen. Aber jetzt ist es so, dass du etwas zurückhältst. Ah, so war das alles so gedacht. Okay, so maybe it sounds a little stupid, but it works pretty well. It helps her keep her cool for a little while, at least. Anyway, I'm just glad you were able to make it back safe and sound. That's all I wanted. But do you really have to go that far? Can't you just talk it out? No way. Chaska never opens up about her own pain, especially to her family. She can't learn about this. Or it'll be even harder to help her. I appreciate the understanding and don't worry. I'll find a way to help her ease this burden. Anyway, I need to get going. Enjoy the celebration. Oh, and if you ever need a doctor, you know who to find. Ah, who would have thought, there was a deeper reason behind their arguing? In the end, it's all the Abyss's fault. Pilates had enough of them. Huh. Beginnt jetzt hier die große Feier, oder? Let's give a huge round of applause to our brave young warrior, Kachina! Er könnte auch ein Charakter aus Shenmue sein. Wie ist der nochmal? Ihr wisst schon, nehmt der mit der Afro-Locke. Ich habe keine Wahl. Mein Freund hat mich geholfen. Ich kann nicht nur sagen, nein. Oh, wirklich? Also, du hast nicht nur versucht, in der ersten Runde zu gehen? Ich war nicht, ich versuche. Ich habe nur einen Behrer gefunden, in der Wilde zu finden, also habe ich geholfen. Ja, jetzt hast du bewiesen, dass du kämpfen kannst. Jetzt mögen wir dich alle wieder. So, uh, what about you guys? Did you make it far? Um. Our team captain drank too much the night before the competition and turned up late to the stadium on the day. We got disqualified. Hahaha. Serves you all right. No sympathy for me. All right, all right. There's no need to be like that, Uncle Pakal. Um, dear friends, I'd like to say a few words. Firstly, I'm grateful to my friends and our great Archon for helping to bring me back. This traveler and his companion Paimon are some of the strongest people I've ever met. If they were allowed to participate in the pilgrimage, I have no doubt that they'd win the whole thing. They've agreed to let me learn from them. With their help, I believe I can become even stronger still. And let's not forget my good friends, Momolani, Chaska, Kanich and Deansan. They all help the traveler in Paimon figure out a way to bring me back from the night kingdom. They too deserve to be called our heroes. So, please give another round of applause for them. Thank you so much. Kommt es mir so vor, da sind die kleinen Charaktere in Genshin alle sehr... Na gut, bis auf die eine. Die ist ja ein bisschen gierig. Aber sind irgendwie immer alle sehr, sehr freundlich und sehr zuvorkommen. Kommt mir das nur so vor. Yeah! Und sprich mit Omika, aber erst reden wir noch mit den anderen Leuten. Wir wollen ja schließlich hier, ähm, ähm, die geheimen Dialoge nicht verpassen. My apologies. I knew more than I let on. Everything comes at a price. And most heroes aren't people who set out to become a hero. If you cling too tightly to your goal, you end up losing things that are far more precious. But in any case, we're now on the same page. I wonder how long before the two final heroes appear. From the Flower Feather Clan and the Masters of the Nightwind. Frag mich, welche von den, von den beiden, äh, die sind, die man im Trailer gesehen hat. Ist ja auch logisch, ich mal, die werden ja nicht die ganzen Leute zeigen, ohne dass sie, wenn man mit denen kommen und auch reden. Achso, es sind nur, wir sind nur NPCs. Wir sind einfach nur da. Welche von denen das sein werden? Ich bin da so viel, alles auf jeden Fall. Alles fühlt sich immer noch wie ein Traum. Ja, Spaß haben mit dir, ich Sache klaue. Ja. Das steht hier offen rum. Ich dachte, das kommt man einfach mitnehmen. So, und wem haben wir doch? So, wir haben jetzt Kachina, Kinish und Ruelani, natürlich. Na, weil der Finger wieder so nervös. Ah! Na ja, man muss ja erst mal verarbeiten, dass man quasi... Ey, jetzt tanzt sie ja sogar, cool. Na ja, man muss ja auch mal erst mal verarbeiten, dass man quasi der Auserwählte ist. Hat ja der Gigant mit ihr gesagt, der, der Vorfahrer. Äh, nee, eher nicht. Na ja, danke. Ja, sehr unwahrscheinlich. Es würde mich eher, äh, nicht wundern, wenn, äh, Pymons Bein, ähm, ähm, schon ein bisschen, na ja, sagen wir mal, wie heißt es, ähm, ein wenig, ähm, 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 na ja, ähm, Übung bräuchten werden, um überhaupt mal funktionieren. Ich mein, sie schwebt ja nur die ganze Zeit. Oh, we actually ran into her on the way here and, äh... Ja, I'm planning on visiting home myself in a few days to tell her and the rest of the family that they need to be extra careful. I just hope they take it seriously. The Abyss has likely sensed your arrival in Natland by now. So, exercise caution on your adventures as well. Stimmt ja, es heißt ja, innerhalb eines Jahres sollte, wenn wir jetzt nicht aufpassen und jetzt uns hier nicht bereit vorbereiten und die anderen zwei Helden finden, dann soll ja Natland zerstört werden. Hmm, da hab ich ja noch eine Idee, aber erst mal hören wir so an, was, äh, Nauvika... Nauvika? Quatsch. Nau... Nauvika. Mavuika. Mavuika. Mann, melde es, äh, merke es dir doch mal einfach. Ist doch nicht so schwer. Noch zu erzählen hat. Oder uns zu sagen hat. Fruchtsaft natürlich. Wink, wink. Sie hat mir einen Fruchtsaft gegeben, der hat komisch geschmeckt. Dann bin ich ja am nächsten Morgen aufgewacht in... Okay. Ähm, ist das dein Plan nicht? Ein wenig zu kompliziert, ja. Hmm. Ja, vor allem, weil die Sonne erst in ein paar Millionen oder sogar Trillionen Jahren erst ausbrennen wird. Das war ein bisschen klugscheißerisch, oder? Ja, das war. Das erklärt jetzt auch, warum sie von denen in der Vergangenheitsform geredet hat. Von dem, was ich in der Lage bin, kann ich sagen, dass sie eine Art und Art war. Jetzt ist er schon wieder in der Pause. Nein, du bist jetzt voll in die Zwischenquests reingegrätscht. Ja? Ja, läuft doch gerade noch. Ha! Kurze Erklärung, Leute. Ich nehme hier gerade jetzt schon den letzten Teil der Nuttlan-Quest gerade noch auf. Also der Arcon-Quest. Und Eike wollte, dass ich das jetzt hier noch fertig mache. Obwohl das Ganze noch... Wie lange? 25 Tage? Oder was? 28 Tage? Noch läuft. Aber naja, ich wollte halt, dass das alles fertig wird. Und deswegen muss ich das jetzt hier alleine aufnehmen, weil er das noch nicht gespielt hat. Da wollte er noch mal sicher gehen. Hey, hast du das jetzt aufgenommen? Ja, du wirst gerade auf. Deswegen, jetzt gerade dieser kleine Einschub. Genau das wollte ich fragen, wenn du bereits über das Schicksal Bescheid wusstest. Ja, das bedeutet nicht, dass das, wie alles endet, bereits geschrieben wurde, inklusive deiner Plan? Ich glaube, aber... Also was? Gebt nicht, Zeit nimmt viele Formen. Das Prost, das Präsent und das Future coexistent. Und alle sind gleich wichtig. Bedeutet das dann nicht im Umkehrschluss, dass sie da nicht wüssten müsste, ob Nuttland jetzt am Ende gewinnt oder zerstört wird? Auch wenn die Zukunft in der Zerstörung endet, gibt es noch keine Grund, auf das Hier und Jetzt zu verhindern. Und es ist genau, weil wir Menschen nicht unsere Feucht wissen können, dass wir niemals auf unsere Struggle verhindern werden. Oh, habe ich das mal falsch verstanden? Okay, Zukunft kannst du anscheinend doch nicht vorhersehen. This is a pivotal moment. We are still two heroes short. Well, three, to be precise. There's one further hero, who I'm hoping to get on my side. Whatever it takes. Meist es einfach mich? Nein, ich meine Palme und... Schock. Das wäre wirklich ein Schock. Wie kann er denn alt sein, wenn er alt, agent und neu? Wie erspricht sich das nicht? Ancient names can be forged? They can. Several strict conditions must be met, but if they couldn't be forged at all, then the number of them in circulation would have long dwindled to zero. Possessing an ancient name would mean that your adventures in Nuttland are recorded in full. Your stories would be remembered by our people for all the years to come. The Ode of Resurrection may have temporarily lost its power, but still. Take this as my personal guarantee, that I shall never let you fall. Just like in the Night Kingdom, I will be there for you. That is a promise I will fulfill at all costs. This nation always honors its heroes. Und wenn man das jetzt so rausschneiden würde, könnte man meinen, der mit Maru Wegner wäre uns verliebt. Yeah, we can't just ignore the situation here. Wonderful. Then I'll reach out to Shilonen right away. She is the one who will forge the name. We've never forged an ancient name for an Outlander before, but I trust she'll find a way. Und damit hätten wir Kapitel 4, ne 5, ne Quatsch, 4, 2 abgeschlossen. Mein Herr, wir haben das Wort bekommen, dass der Pyro Archon viel von ihr Macht verloren hat. Ach ja, der Fatui, sind die aber noch da. Obwohl deine Anerkennung etwas kompliziert, ist das bestimmt die Möglichkeit, die Gnosis zu verhindern. Oh, Kapitano hat also Moralvorstellungen. As for you, I must confess, I did not expect that little trick of yours to save the day. Oder es hat Grenzen. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. She could have dispelled it. She simply chose not to. You don't have much time. And you're injured on top of that. What do you plan to do next? I'm beginning to see just how useful you may turn out to be. You heard something from me. You heard something from me, didn't you? Moment, das war's? Ich hätte jetzt erwartet, dass jetzt reviert wird. Reviert wird, das geht irgendwie, ich möchte gerne Deutsch, äh, möchte gerne Englisch. Oh, ich bin so cool, ich benutze englische Begriffe. Oh, wichtig, wichtig, hip und jung. Hä? 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 Na ja, hm. Ja, mit wem hat jetzt Kapitano da geredet? Haben wir jetzt wirklich, oh, das haben wir abgeschlossen. Ein Fahrzeug Blumenpracht und Sonnenglut. Moment. Könnte das jetzt bedeuten, weil das jetzt hier alles nach Zeit gerichtet ist, von wegen hier nur so viele Tage kann man das spielen. Bedeutet das dann ein Umkehrschluss? Umkehrschluss ist auch der richtige Begriff. Ob das jetzt wirklich nur noch ein Jahr besteht? Ob jetzt ein Jahr und dann, äh, könnte eventuell, oh, ich glaub mir nicht vorstellen, dass Natlan wirklich zerstört wird. Wenn, dann wird's vielleicht, keine Ahnung, umdesignt. Und, äh, und Iva so, äh. Naja, das wird ein sehr, umschließendlich ist ja auf der Gamescom, das wird ein sehr, äh, dankbares Cosplay. Das mit den Haaren wird natürlich ein bisschen schwierig sein, aber dafür gibt's ja Perücken. Was ist noch zu erzählen? Ja, warum nicht? Ich meine, wir haben ja noch Zeit und so und wir wollen ja schließlich nicht, wie heißt das, in Dialoge passen. Ja, das kommt auch noch hinzu. Trägst du Unterwäsche? Äh, nein. Hm, wer könnte das sein? Über die Abwesenheit von Menschen aus Nuttland in anderen Regionen? Gut, das könnte man auch anderen fragen, wie zum Beispiel, warum haben wir damals nie jemanden aus Fontaine gesehen? Obwohl, es tauchen ja manchmal auch nicht auf, wie zum Beispiel in Inazuma war ja der eine Typ aus, der den Nebel da studiert hat mit dieser Technik, ihr wisst schon, mit dem Topf und so weiter. Der kam ja aus, äh, Snashnaya. Ah, that also comes down to the long-standing effects of the Abyss. Our people's survival is inextricably tied to the Wyab. But their power has its limits. They cannot offer our people the same degree of protection outside our borders. In fact, people who do decide to leave, often suffer from memory loss and emotional issues. Oh, das ist ja noch krasser als in Fontaine, von wegen, oh, ich darf nicht das Wasser berühren. Ah, oder diesem speziellen Wasser, ihr wisst ja wieso. Everyone in Natlan understands this. That's why our people never leave without a good cause. Even if someone is left with no choice, the chief of their tribe must seek approval with the Wyab to grant them leave. And the Wyab have always been very strict about granting that approval, since extending protection beyond our borders means consuming power reserved for our fight against the Abyss. Still, there's no need to worry. The Wyab extend their protection to all within Natlan, including Visitors from afar. Oh, ähm, something else you'd like to ask? Nein, das wäre erstmal alles. Ha. Ja, vor allem das mit diesem, naja, mit diesem Mustana zum Beispiel. Oder auch hier, die, ähm, diese Locke da. Ja, ich glaube, ich glaube, das wäre wahrscheinlich mit echten Haaren ein wenig schwierig darzustellen. Eine Menge Haarsprechwahl dafür. Und Färbe, äh, Tönungen. Wahrscheinlich. Wie lange läuft das noch? 16 Uhr, 3.59 Uhr. Uh. Das könnte knapp werden. Ach, das funktioniert ja hier gar nicht. Äh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ups, äh, natürlich nicht. Äh, wie kann ich jetzt umstellen? Nein, wann hat man mal die Gelegenheit, nicht wahr? Und die anderen, was haben die vielleicht auch was zu erzählen? Mag, was ist denn da in dem Buch? Ah ja, dafür, dass wir abgeschlossen haben. Sehr schön. Noch ein bisschen Weinsalbe für, äh, zum Aufwerten. My apologies. Everything comes at a price. And most heroes aren't people who set... Ach, das kennen wir bereits. But in any case. I wonder how long before the two final heroes appear. Ja, das haben wir ja bereits schon. Das erkennen wir ja bereits. Und was hat sie ja auch noch selbes erzählt? Ja, das haben wir, glaube ich... Moment, das hat sie ja schon erzählt. Man, ich hab ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ja, genau. Äh, ja, genau. Das ist gut. Das ist wirklich das, was sie schon gesagt haben. Okay. Wollte nur sicher gehen. Nicht, dass wir jetzt verkassen. Ui! Hey! Hey, zumindest ein neuer Dialog. Ich bin ein bisschen verbrannt. Komm, leg mal einen krassen Breakdance auf die, auf die, äh, wie heißt das, aufs Fressbrett. Nee, Quatsch, aufs Tanzbrett. Okay, das kennen wir ja auch schon bereits. Aber ich wollte sie ja einfach noch mal gerne ansprechen. Yeah! Hm, komisch. Bei anderen Spielen wie, äh, ja, ja, wie sagt man hier? Welche gibt's denn als Beispiel? Hier, äh, World of Warcraft oder andere MMORPGs. Ja, ich weiß, Genshi ist kein MMORPG an sich, aber schade, dass es keine Tanzanimationen gibt. Das würde jetzt richtig passen. So tanzt, genau, so tanzt Alicino. Und dann, drumherum liegen dann alle tot am Boden, ne? Okay, Zähne aus, äh, Scalmory. That, slash, slash, slash. Wow, das war der brutalste Rap, den ich jemals gehört habe. Gut, damit hätten wir ja die große Quest von Nudlan, ähm, Archon Quest, genau. Äh, hab ich's mal abgeschlossen. Dann schauen wir mal dann, welcher von den Charakteren, die wir in den Trailer gesehen haben... Okay, Eike wird jetzt sagen, das ist schon bekannt, das wurde schon gelockt, äh, gelockt. Äh, das wurde schon... Das wurde schon erzählt, wir wissen schon, wie die Charaktere heißen. Ähm, ja, wer von denen dann der, der... Ja, welche von den Helden dann auftreten wollen. Und was dann mit Nudlan innerhalb des nächsten Jahres passieren wird. Ob es zerstört wird, oder ob wir es retten können. Und vor allem, mit wem hat El Capitano da... Äh, El Capitano, es ging falsch. Sagen wir aber Capitano. Mit wem hat Capitano da eigentlich geredet? Aber das sehen wir dann wahrscheinlich in der nächsten... Oder übernächsten Quest. Wahrscheinlich dann hoffe ich... Wahrscheinlich dann wieder mit Eike. Ja, spiel das endlich mal, Mann. Also, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Moment mal, machen wir doch einfach ein bisschen, äh... Genau, machen wir ein bisschen, ein bisschen Licht. Bisschen Glitzer, Glitzer. Schade, dass die jetzt nicht blitzen. Aber hey, das geht ja auch gut. Also, Leute. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao. Ciao.